Hi Leute und willkommen zu meinem ersten Video. Ich heiße Lukas, hab zwei Brüder, wohne in Lichtenau und ja, wir haben einen Bauernhof. Und wir haben heute neuen Scheunenzuwachs bekommen und die haben wir abgeladen. Da konnte ich leider kein Video von machen. Das habe ich versäumt ein bisschen. Und ja, es werden in Zukunft wahrscheinlich noch ein paar mehr Videos von den Schweinen kommen. Das sind übrigens bunte Bentheimer. Das ist Mühlenstraße 33. Da wird auch von unserem eigenen Schwein die Wurst verkauft und auch unsere eigenen Kartoffeln. Wir machen auch Kartoffeln raus, also wir haben Kartoffeln. Und Hühner haben wir. Ja. Und dann würde ich sagen, bis die Tage, bis das nächste Video kommt. Ja, tschüss.